Das Bild gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr. Das gefällt mir wirklich sehr. Ich mag das sehr. Das ist nicht mein Ding. Das überzeugt mich. Er ist süchtig nach sozialen Medien. Hat es dir gefallen? Ich bin begeistert vom Tauchen. Ich bin ein Computer-Frick. Ich bin kein Fan von romantischen Komödien. Ich bin nicht beeindruckt. Ich bin nicht sehr scharf auf Eiskunstlauf. Ich bin verrückt nach Rockmusik. Ich bin verrückt nach Sportwagen. Ich finde Politik langweilig. Ich gehe sehr gerne spazieren. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Ich habe eine Abneigung gegen diese Art von Musik. Ich habe eine besondere Abneigung gegen einige politische Parteien. Ich habe eine besondere Abneigung gegen Politiker. Ich habe eine besondere Vorliebe für exotische Vögel. Ich habe eine Leidenschaft für Gartenarbeit. Ich habe eine starke Abneigung gegen die moderne Geschichte. Ich habe eine Vorliebe für ihn. Ich hasse kalte Duschen. Ich interessiere mich für Architekt-Urgeschichte. Ich kann Grobheit nicht ausstehen. Ich kann Unpünktlichkeit nicht ertragen. Ich liebe Schokolade. Ich mag das. Ich mag die norwegische Sprache nicht. Ich mag diese Art von Naturfilmen sehr gerne. Ich mag keine Schimpfwürder. Ich mag Marie sehr. Ich mag sie nicht. Ich reise gerne ins Ausland. Ich stehe aufs Geboarding. Ich verabscheue heißes Wetter. Klassische Musik gefällt mir sehr gut. Schwimmen macht mir Spaß. Was ich an An besonders mag, ist ihre Gelassenheit. Was ich besonders mag, ist diese Art von Wetter. Zeitgenössische Literatur ist wirklich fesselnd.